Moin und herzlich willkommen zu Dabonies Testwelt. Heute gibt es mal was besonderes und zwar habe ich mir überlegt, ich fange mal so langsam mit Adventskalendern an. Einige machen das ja schon und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach jeden Sonntag irgendwie bis Ende November stelle ich euch einen Adventskalender vor. Das wird dann auch aus ganz verschiedenen Bereichen sein, also ihr bekommt jetzt nicht nur, ich habe hier heute einen Gewürzkalender, nicht nur Gewürzkalender zu sehen, sondern halt aus verschiedenen Bereichen. Ich verrate natürlich vorher nicht welche alle, dafür müsst ihr jeden Sonntag jetzt einschalten. Ja, heute habe ich den Gewürzkalender von Ostmann mitgebracht. Ihr seht schon, der sieht ganz niedlich aus, ist aber relativ schmal, das heißt wir haben da jetzt nicht irgendwie diese Fläschchen da drin an Originalgröße, sondern halt eher kleine Brübchen. Dafür kostet der allerdings auch nur knapp 17 Euro und wir haben halt 24 Tütchen da drin. Ich schneide ihn jetzt mal eben hier an der Seite auf, da ist er nämlich noch zugeklebt. Ich habe also vorher nicht reingeguckt. Na? So. Klebchen auf. Und hier oben ist auch noch zugeklebt und Hätte man ja auch vorher drauf kommen können, dass er wahrscheinlich an allen Seiten zugeklebt ist. Den kann man nämlich auch ganz schick aufstellen. So. Und hier unten noch einmal. Und dann habe ich es auch. So. So sieht der Gute dann in Originalgröße aus. Das heißt, wenn ihr euch den kauft, also wenn er euch gleich gefällt und ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch haben. Oder ich möchte ihm vielleicht was schenken, weil ich versuche jetzt natürlich so ein bisschen die Vorfreude in Anführungsstrichen, was da alles drin ist. Rein theoretisch. Ich kann es aber auch mal ganz kurz zeigen. Man kann es auch hinten sehen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe mir im Internet bestellt. Da stand dann nicht, was da drin ist. Was ich persönlich immer ganz schön finde, wenn man sich selber wirklich überraschen möchte, finde ich, sollte das da nicht drin stehen. Oder halt zumindest so verdeckt, dass man sagt, so wenn du jetzt hier aufklappst, dann siehst du den Inhalt. Und wenn du dich überraschen lassen willst, dann lässt du es besser sein. So. Aber, wie gesagt, so sieht er aus. Hier vorne steht auch noch drauf, mit Rezeptideen, Tipps, Tricks und tollen Gewinnen für die Weihnachtszeit. Da bin ich jetzt mal ein bisschen gespannt, was da dann noch so drin ist oder ob da wirklich nur die Gewürze drin sind. Die Kästchen sind auch alle ungefähr gleich groß, deswegen, ich denke mal, da werden wahrscheinlich überall so diese Tütchen drin sein. Ich werde jetzt ein bisschen suchen und versuchen, wirklich so ein bisschen der Reihe nach zu gehen und werde hier jetzt auch mal mit der 1 natürlich anfangen. So. Das ist standardmäßig für die Vorweihnachtszeit Plätzchengewürz. Ja. Haben wir da einmal. So. Hier steht dann auch wirklich drin Plätzchengewürz, tolle Gewinne und dein heutiges Rezept findet man dann bei ostmann.de unter ostmann.de slash Adventskalette. Das heißt, ab 1. Dezember kann man dann auch jeden Tag wohl da hingehen und da sind dann wohl auch die Gewinnspiele und halt dann noch Rezepte. Das ist natürlich auch ganz schön, wenn man dann vielleicht mal wirklich was Neues hat. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Wuschetta Gewürzsalz. Da muss ich auch wirklich sagen, also das kenne ich noch nicht. Das ist jetzt für mich auch wirklich ganz neu. Also Plätzchengewürz kenne ich. Ich meine, ich habe kleine Kinder, da wird sowieso relativ viel gebacken und vor Weihnachten eh immer. So, wo haben wir denn die 3? Versteckt haben wir hier eine Ecke. Da haben wir dann auch wieder so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, standardmäßig für die Vormeihnachtszeit so bei den Gewürzen. Ein Spekulatiusgewürz. Bei der 4. Wo ist denn die 4? Ich wollte gerade sagen, ich habe sie vorhin schon auch schon gesehen. Da haben wir Schwarzkümmel. Bis jetzt sitzt es auch wirklich, glaube ich, alles immer 10 oder 8 Gramm. Also diese Standardprobetütchen würde ich mal sagen. Wo ich aber auch sagen muss, ich bin mir ziemlich sicher, bei den meisten Sachen wird man auch mehr als einmal damit hinkommen. Also nicht, dass man jetzt nur einmal was macht und dann ist das Tütchen leer. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Gut, das ist jetzt was, was ich persönlich nicht unbedingt brauche und zwar ein Tofu-Gewürzsalz. Ich wusste gar nicht, dass es dafür extra Gewürzsalz gibt. Vielleicht ganz gut. Also ich persönlich finde, ich habe mal Tofu probiert, dass es nach fast gar nichts schmeckt. Vielleicht schmeckt es damit ja besser. Aber die Geschmäcker sind ja auch Gott sei Dank verschieden. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die Tofu ganz gerne essen. Ich gehöre nun mal nicht dazu. Hm, Apfelkuchen. Bestimmt mit Zimt, würde ich mal sagen. Das ist eine Gewürzmischung. Hm, hm, hm. Wollen wir hier gar nichts hören. Doch, Zimt, Ingwer, Zitronenschale und Tonkabohnen. Eine extra für Apfelkuchen. Hier steht sogar hinten drauf noch ein Rezeptvorschlag auf dem Tütchen direkt. Na, welche Nummer hatten? Wir werden jetzt die 6. Die 7. Keine 7, doch, das ist bestimmt irgendwo. Ansonsten mache ich gleich mit der 8 weiter. Die habe ich nämlich schon gesehen. Da ist die 7. Direkt über der 8. Hm, das war es für mich. Wusste ich allerdings auch nicht, dass es dafür ein extra Gewürz gibt. Und zwar Polish Gewürzzucker. Hm. Wird mal ausprobiert. Also schon mal für mich jetzt auch schon einige dabei, die ich nicht kannte. Das finde ich schon mal ganz nett. Oh gut, hier haben wir Schnittlauch und Röllchen. Einfach mal Gewürz. Das kann man einfach immer gebrauchen. Würde ich jetzt persönlich so sagen. Wir machen das viel in Brattkartoffeln und so oder auch im Salat. Oh nein. Ach, nochmal Lebkuchen. Hatten wir nicht schon den Lebkuchen? Nein, wir hatten den Spekulatius. Jetzt haben wir den Lebkuchen. Auch typisch für die Vorweihnachtszeit. Kann man dann natürlich auch immer sehr gut gebrauchen. Oh, die C. Ich habe es versucht an der falschen Seite. Was haben wir denn hier? Lecker für Italienisch. Eine Gewürzmischung. Nochmal. So. Ich meine, Gewürzmischung, klar, sind das natürlich alles. Die L. Oh, Glühwein-Gewürz. Richtung Weihnachten auch immer sehr praktisch. Na, da oben haben wir den nächsten. Avocado-Gewürzsalz. Also, was es nicht mittlerweile alles gibt. Also, so Tomatengewürzsalz und sowas kenne ich ja, aber extra auch für Avocado. Hm, na gut. Auch für mich was komplett Neues kannte ich bisher auch noch nicht. Die 13. 13. Haben wir einmal Minze. Also, wie ihr übrigens seht, die sind hier so schön. Das muss ich euch mal eben einmal ganz kurz zeigen, weil man das so schön sieht. Auch hier wirklich so schön eingeklemmt, die Tütchen. Das heißt also, auch wirklich nichts hier mit verrutschen, dass eins in ein anderes Fach rutscht. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Also, wenn man das dann verschenken möchte, da rutscht hier nichts hin und her, wenn das alles vernünftig vorher einmal reingetan wurde oder in der Produktion vernünftig gemacht wurde. Oh nein. Jetzt habe ich ihn einmal kaputt gemacht. Wir haben ein Winter-Crumble-Gewürz. Hm. Und hier steht auch gleich wieder ein Rezept hinten drauf für Apfel-Crumble. Das wird auf jeden Fall dann ausprobiert. Das ist ja was, was ich auch gerne mag und meine Kinder auch. 15. 50. Und das finde ich auch gut. Das kann ich jetzt eigentlich schon draußen lassen. So schon für die Herbstzeit. Und zwar ein Kürbis-Gewürz. Obwohl auch da muss ich sagen, kannte ich auch nicht, dass es dafür auch direkt ein Gewürz-Salz gibt. Probiere ich dann mal aus, ob das jetzt irgendwie viel besser ist. Ist ja auch so eine Sache, was man immer so sagt, bei diesen Gewürz-Mischungen braucht man die überhaupt. Oder kann man das vielleicht auch alleine sich zusammenmixen, in Anführungsstrichen. Aber wenn das natürlich gut schmeckt, ist das natürlich eine feine Sache. 16. Und hier haben wir noch was für Dips. Lecker für Dips. Gewürz-Salz. Ich muss auch sagen, ich finde die Mischung bis jetzt eigentlich echt schön. Muss ich wirklich sagen. So richtig schön ein bisschen zu Weihnachten. Aber halt auch so allgemeine Sachen für Dips. Was man für einen Salat nehmen kann und so. Schoko-Pfeffer-Minz-Zucker. Der ist bestimmt lecker. Also ich stehe ja auch so auf Pfefferminz. Das wird demnächst auf jeden Fall mal ausprobiert. So, 18. 18. 18. Hier haben wir wieder eine Gewürz-Zubereitung. Lecker für Indisch. Die 19. Da haben wir die 19. ein Kakao-Gewürz. Gewürz einfach in deinen Kakao einrühren. Gut, das wird auf jeden Fall mal probiert. Da würde ich jetzt persönlich sagen, also wenn ich es jetzt im Laden sehe, würde ich es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Weil ich dann sagen würde, naja gut, weiß ich nicht. Kakao, vielleicht noch mal ein bisschen Zimt rein. Dann würde ich dann einfach so ein bisschen Zimt reinmachen. Hier ist jetzt Zimt, Ingwer, Kurkuma, Pfeffer, Tonkabohne und Muskatblüte drin. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich sehr interessant. Wie gesagt, im Laden wäre ich jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, wirklich so dran vorbeigegangen. Da hätte ich gesagt, nee, das kaufe ich mir jetzt nicht. Aber vielleicht schmeckt das ja wirklich ganz, ganz toll. Das werde ich dann mal ausprobieren. Hm, Salted Karamell haben wir hier als nächstes. Auch eine kleine Zuckermischung. Ah, jetzt sind wir schon fast durch. Wollen wir dann die 21? Haben wir da. Oh, eine Bolognese-Gewürzmischung. Das ist auch was, da wäre ich persönlich halt auch im Laden wirklich so dran vorbeigegangen. Weil wenn ich meine Bolognese-Soße mache, weiß ich nicht, die würze ich mir einfach immer selber. Aber wenn man es natürlich hat, werde ich es natürlich auch aufbrochen, ganz klar. 22. Koriandersaat. Ach, da muss ich nochmal gucken. Da muss ich dann wirklich, hier steht jetzt auch nichts drauf. Na doch, gib deinem Kichererbseneintopf, deinem Curry oder deinem Kohl eine warme, würzige Note. Muss ich sagen, habe ich noch nicht mitgekocht. Werde ich dann jetzt wohl demnächst mal machen. Die 23. Haben wir getrocknete Tomatenflocken. So, und wo haben wir die 24? Da, oben in der Ecke. Und in der 24, zu guter Letzt, haben wir noch ein Bratapfelgewürz. So, damit ist der Kalender leer. Wie gesagt, so finde ich ihn ganz schön eigentlich zum Aufstellen. Kann man sich den schön irgendwo hinstellen. Die Tütchen sind fest da drin, sodass da nichts runterfällt. Finde ich ganz gut. Preis-Leistungs, würde ich sagen, wenn man schon Gewürzkalender nimmt. Und klar, es gibt natürlich auch verschiedene, wo dann Originalgrößen drin sind. Die kosten natürlich auch dementsprechend. Wenn man jetzt irgendwie mal mit Pröbchen, finde ich den echt super. Denn im Endeffekt haben wir jetzt pro Tütchen noch nicht mal einen Euro. Das finde ich schon ganz gut. Und so eine Tüte wird ja nicht sagen, hier haben wir jetzt das für den Apfelkuchen. Da brauchen wir ja nicht die ganze Tüte für. Oder beim Tufu-Gewürz. Oder auch hier bei den, für die Dips. Dann ist ja nicht gleich irgendwie komplett da das Tütchen leer. Also ich denke mal, für 17 Euro muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich den gut. Also würde ich den auch wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den jetzt auch so gut findet. Oder ob ihr sagt, meins wäre das so gar nicht. Ja, ansonsten sind wir am Ende. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Und gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren, damit ihr dann die nächsten Adventskalender nicht verpasst. Wie gesagt, ab jetzt, jeden Sonntag, wird es dann mal einen geben. Aus verschiedenen Bereichen. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.